Was ist eine Kapselmaschine und was sind die Vorteile gegenüber den alternativen Kaffee-Vollautomat- und Padmaschine? Kapselmaschinen funktionieren sehr einfach. Du nimmst eine Kapsel, die die richtige Menge Kaffeepulver schon ausportioniert enthält. Gibst sie in die Maschine und drückst auf den Knopf. In wenigen Sekunden ist dein Kaffee fertig. Die benutzte Kapsel kannst du danach ganz unkompliziert entsorgen. Was kostet eine Kapselmaschine? Kaffeemaschinen mit Kapseln gibt es in allen Preiskategorien. Von kleineren, kompakteren Geräten ab ca. 25 Euro bis hin zu den professionellen Luxusmaschinen, die sogar mehr als 1000 Euro kosten können. Jedoch werden häufig maximal etwas über 100 Euro ausgegeben. Die Maschine muss also bei einem Kapselsystem nicht unbedingt teuer sein. Wo kann ich eine Kaffeemaschine mit Kapseln kaufen? Kapselmaschinen gibt es in vielen Elektronikgeschäften, Supermärkten, aber auch in Fachgeschäften und bei Diskontären zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Kapselmaschine über das Internet zu bestellen, wo du dich auf eine größere Auswahl und oft auch auf niedrigere Preise freuen kannst wie leise. Arbeitet die Kapselmaschine? Wie viel Geräusch die Kapselmaschine verursacht? Kann durchaus ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung sein. Suchst du etwa eine Kaffeekapselmaschine für deine WG? Sind die Wände in dem Haus sehr dünn und hast du den nervten Nachbarn? Oder falls die Kapselmaschine im Büro zu Gebrauch kommen soll. Wie viel Watt braucht die Kapselmaschine? Im Durchschnitt arbeiten Kapselmaschinen mit 1200 bis 1500 Watt. Wenn du Strom sparen willst, um deine Geldbörse und die Umwelt zu schützen, sollst du dich für eine Kapselmaschine mit möglichst wenig Verbrauch entscheiden. Welche ist die kleinste Kapselmaschine der Welt? Es gibt für fast alle Kapselsysteme kleine Geräte, die selbst in die kleinste Studentenküche passen und auch für Single-Haushalte bestens geeignet sind. Die Kapselmaschinen kommen alle auf ein Volumen von ca. 10.000 Kubikzentimeter. Welche Kapselmaschine passt zu mir? Welche Kaffeekapselmaschine du wählen solltest? Entscheidet neben deinem Kaffeegeschmack auch, für welchen Zweck du die Kapselmaschine verwenden willst und auf welche Aspekte du sonst noch wehrt. Legst welche Typen von Kapselmaschinen gibt es und für welchen sollst du dich am besten entscheiden? Ganz egal, welches Kapselsystem du dir aussuchst. Es gibt für alle Systeme mehrere Geräte von verschiedenen Herstellern, die sich in der Ausstattung unterscheiden. Was können einfache Kapselmaschinen und für wen eignen sie sich? Bist du Espresso-Liebhaber und trinkst du deinen Kaffee am liebsten schwarz? Liegst du mit einer einfachen Kapselmaschine richtig? Wie funktioniert eine Kapsel-Kaffeemaschine mit Dampfdüse und was sind ihre Vorteile? Sehnst du dich nach einer größeren Kaffeevielfalt oder trinkst du am liebsten Milchgetränke wie Cappuccino oder Latte Macchiato? Brauchst du eine Kapselmaschine, die köstlichen, luftigen Milchschaum erzeugen kann? Wie funktioniert eine Kapselmaschine mit integriertem Milchbehälter und welche Vorteile hat sie? Kapselautomaten mit einem eigenen Milchtank erledigen die ganze Arbeit für dich. Dank unterschiedlichen Einstellungen am Gerät kannst du automatisch die verschiedensten Kaffeespezialitäten herstellen. Wie funktioniert ein Kaffeeautomat mit Kapseln für Milchgetränke und wo liegen seine Vorteile? Es gibt auch Kapselmaschinen, die für Milchgetränke eigene Kapseln bereitstellen. Bei diesen Varianten wird die Milch meistens in Form von Milchpulver dem Kaffee hinzugefügt. Manche Maschinen arbeiten aber auch mit richtigen Milchkapseln. Sind Kapselmaschinen ungesund? In letzter Zeit taucht immer wieder die Warnung in den Nachrichten auf. Aluminium ist schädlich für den menschlichen Körper und sollte vermieden werden. Die Salze vom Metall befinden sich in etlichen Produkten. Vor allem Hygieneartikel-Videos beinhalten sie sehr oft. Wie ökologisch sind Kapselmaschinen? Es ist unbestreitbar. Vorportionierter Kaffee, wie es bei PET- oder Kapselmaschinen in Gebrauch kommt, produziert mehr Müll, als die konventionelle Kaffeezubereitung aus Kaffeebohnen. Kann ich Kaffeekapseln recyceln? Kommt darauf an. Grundsätzlich lässt sich sowohl Aluminium als auch Plastik sehr gut recyceln. Bei Aluminium kann damit der Energieeinsatz bei der sonst ziemlich energieaufwendiger Neuproduktion um 90 bis 95 Prozent vermindert werden. Wie reinige ich meinen Kapselautomaten? Die gute Nachricht gleich vorab. Mit einer Kapselkaffeemaschine kannst du nicht nur schnell und einfach Kaffee zubereiten. Ihr Reinigungsbedarf ist auch ziemlich gering. Hmm. Hmm.